Willkommen zurück zu Borderlands 2 mit dem Lord Peter und dem Isagel Pee. Hallo. Hallo. Ich hab langsam genug von diesem Handsome Jackass. Erledige ihn, dann wirst du nie wieder für einen Drink bezahlen. Nice. Hier, ich hab was für dich. Hm. Schlecht. So, hier, mit dem ist man auch noch reden. Mach das. Ich hoffe auf Marcus. Ich wünsche dir das Beste. Mögest du vor deiner Reise mit Blut an den Händen und einem Lächeln auf dem Gesicht zurückkehren. Oh, hätte ich fast vergessen. Bitte sehr. Dachte, das kannst du vielleicht gebrauchen. Und? Er hat mir eine Sniper gegeben mit 1000 Schaden. Okay. Ich renne hier nicht so über die Straße. So, Marcus, jetzt pass mal auf, mein Freund. Wie, du gibst mir jetzt irgendwas, dass ich einmal Geld zurückbekomme oder so. Marcus. Jacks Monopol auf Waffen kickt mich fast aus dem Geschäft. Aber das ist nicht der Grund, warum ich seinen Tod wähle. Ich will ihn tot sehen, weil er ein gieriger, mordender Bastard ist, der schreiend sterben muss. Ja. Viel Glück. Hier, kannst du vielleicht brauchen? No. Nein. Nehm ich trotzdem jetzt. So, erstmal. Was geht hier? Hier ist Tiny. Ich hab dir ein Gedicht geschrieben und das geht einfach so. Also. Töte Jack. 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 Das war ein Gedicht von Tiny China. No. No. Okay. Wenn die das sagt, dann glaube ich es natürlich. Ab zu Clip Trip. Clip Trip. Clip Trip. Du bist immer noch tot. Clip Trip. Wieso die die Leiche hier so lange liegen lassen? Die liegt bestimmt schon drei Wochen. Also Ingame-Zeitrechnung. Der Widerstand wird scheitern. Boah, voll um die Kurve gerannt, Alter. Voll und noch. Boah, wie der eingebogen ist. Clip Trip. Zeit, die Sache zu beenden, Untertan. Wir treffen uns in Irremium Blade. Geht klar, Chef. So gefällt mir. Weiter geht's. Los, jetzt Jack, wir kommen. Wir wollen deinen Kopf. Wir werden ihn uns holen. Und dann essen wir ihn auf. Na gut, letzteres vielleicht nicht, aber... Alles andere stimmt, so wie ich es gesagt habe. Schnappen wir uns den Sack, denn er hat den Tod verdient. Schön lila. Mein Ausruf. So. Schon gut, wir holen uns den Sack. Wir treffen dich am Heroes Pass. Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam. Vielleicht schaffen wir es nicht, Slap. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich eine Menge Spaß hatte. Loll. Komm, da. Los geht's, Jack. Wir kommen für dich. Freu dich. Wir kommen. Blöder Piep, Mats. Lass uns in Ruhe. Du zerstörst grad unsere... ...unser Kampf. Wie der rennt. Hiperion wird es bereuen, jemals einen Fuß auf Pandora gesetzt zu haben. Untertan, ich werde diese Tür öffnen, damit ich diesen Bastard Handsome Jack selbst erledigen kann. Hörst du mich, Jack? Du hast meine Freunde getötetet. Du hast meine Modellreihe verdichtet. Ich bin jetzt der existierende Clip-Trap. Na-Welt. Na-Welt. Whoops. Polka. Dann würd' Five. Die Klavas Miche. Worte Fakt nicht? Watson, worte Ich, ich bin wirklich schon Br bolts hoch. Worte Fakt. Peter du bist komisch. Na und, was wirst du dagegen tun? Hé, was willst du tun? Everyone. London, mal landと思います. getötet. Da kommt auch einer. Zeig mir dein Auge, Kleiner. Auch, Mann. Ich hab mich bei der Steuerung ertarmt. Lass mich diese Tür öffnen. Eine Tür? Glaubst du, eine Tür hält mich auf, Jack? Ich bin dafür geschaffen, Türen zu öffnen. Claptrap ist toll. Und öffne dich! Zugriff verweigert. LOL! Ich sagte und öffne dich und nicht und schließ eine andere Türen. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Nein, nicht noch mehr Einheiten absetzen. Loll, eine Einheit kommt nicht. Nein. Ach, jetzt kommt er. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Alter! Claptrap! Was tust du? Da oben! Ja, ich seh's schon. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Scheiße am Spiel! Da kommt noch mehr was! Loll! Der ist automatisch geschützt. Au! Wer stirbt da hinter mir? Ach du stirbst, okay. Zugriff verweigert. Zugriff verweigert. Claptrap! Okay. Nice! Gut gemacht. Ja, schönen Dank! Wir haben die Geschütze. cũng kaputt gemacht. Oh ne! Claptrap ist doof! Aber lustig! Hast du mal was, was ich töten könnte? Den da z.B.? Wass son? Na komm, Hilfe!! Wenn hier jemanden stilfen, nennen wir basta! Ooh! Der Claptrap war grad so'n Loader. ." du bist scheiße du bist jeder untertan nice machen wir doch gerade zang na geht es dir auch so scheiße wie mir und weiter geht es nacht lässt du das lässt du das lasse ich das ja ich weiß hinaus geht du das nicht jay du lebst wieder nice hier ich auch wieder nice naja fast wo erst mal eiskalt in deckung gehen jay der hat den arm verloren nice ich will deinen kopf hast du überhaupt einen kopf du robotin so jetzt werde ich da schön die granaten in während ich unsichtbar bin drei müssen ja wohl reichen einen habe ich kaputt und den zweiten auf Mendo den wollte ich von hinten messern Verstärkung das ist neuer ja 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 klärt für mich auch ja Ja, was passiert jetzt? Wir haben's geschafft, Untertan! Jack dachte, er könnte uns mit einer Tür aufhalten? Ha! Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen! Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten, Untertan! Gemeinsam werden wir Pandora befreien! Ich würde da nicht stehen, Klep-Klep. Äh, oh, ich dachte schon, die fällt runter. Ich werde Stufen! Oh, man, Klep-Klep ist so toll. Wir haben die Tür überwunden, yay! Was, Peter? Ich hab's geschafft. Okay, Leute. Auf geht's. Zu den Hallen der Helden. Och, man. Heroes Pass. Nice. Wir werden... Tschüss. Okay. Du, meinst du, hier gibt's Ärger? Das sieht mir schon sehr gefährlich aus. Ich geh jetzt mit zum Auto machen. Äh, guck mal, hier, Iridiumsteine oder sowas. Lol. Ich hab' den Iridian und sind die Teile. Die kenn ich noch aus dem ersten Teil. Jack ist ein Arschkopf. Hab' ich beschlossen. Maximale Gesundheit. Ich hab' ständig hier gute Schilde, die aber die Gesundheit nehmen. Das ist doch echt nicht... Das ist nicht schön. Nee, nee. Dein... Kannst du dir lassen. Pass auf dich auf. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Alles klar. Na, hier haben wir noch ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ach ja, Munition. Das wär' glaub' ich ganz gut. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. So. Ist bald, mein Freund. Wenn du woanders reinkaufst, darf ich dich töten. Ich stand da bei der Waffe geslenkt, hier ging... Äh, Leiden Merchania. Peter, ich komme. Wir finden jetzt Jack. Da sind wieder Feine. Erstmal den Kabel folgen. Es geht dahinter. Und da kommen nämlich auch die Feine. Stirb doch endlich, Robo-Ding. Au. Du willst du hin? Nicht Rot-Horn, das geht nicht. Nein, das macht man nicht. Hör' auch damit. Tu das nicht, Oli. Da! Läuf. Du, zielgenau ist aber auch was anderes, meine kleine Knarre. So, wo ist denn das Kabel? Attackiere den Feind! Attackiere den Feind! Halt durch, Oli. Ich bin gleich wieder da. Lol. Hab doch gesagt, du sollst durchhalten. Ups. Psch, psch, psch. Ich hab ja nur zu dir gesagt, dass du durchhalten sollst. Ich bin der Besten! Ich brauch... So... Doh! Denkst du, du kannst mich bezwingen, Roboter? Denkst du das? Hey, hier hinten sind die anderen, cool. Die haben Unterstützung. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Oh Gott, schreit er wieder rum. Stirb, Lauda! Stirb, Peter! Lol, ich bin echt tot. Nice. Ich bin sowas von gestorben. Jeder, der ist stört. Wo bin ich denn? Ach, ich bin hier vorne, okay. Lad schneller, du Maschinen-Ding. Ohne kreis in Position! Und meine Fäuste sind umregt! Ist da irgendwo ein toller Kasten? Ich will immer noch hier rein. Warte, ich glaub, ich hab ihn... Warte. Ich muss nur mit der Sniper kurz hingucken. Und? Nö, es geht weiter. Ja, es geht weiter. Oder? Also, die elektronische Absperrung ist da. Ich komm mal doch zu dir hinter. Vier Augen sind mehr als zwei. Okay, es geht noch weiter. Alles klar. Ich hab' ihn! Nein! Ach, das ist quasi okay. Hallo. Ach, guten Tag. Hätt' ich denn wieder gelebt. Lol. Ich hab' ihn! Hilfe! Boah, das KB geht ja bis sonst wo hin. What the fall? Und ich würd' sagen, jetzt wo es hier so spannend weitergeht, hau' ich direkt den nächsten Cut rein. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht es gut! Ja! Ja!